Was mich mal noch interessiert, das ist natürlich jetzt sehr banal, aber wie siehst du gerade so die Stimmung? Also man hört ja immer, dass jetzt die großen institutionellen Investoren langsam reingehen über BlackRock, über ETFs verschiedene und so weiter, was ja auch schon sich, kann man schon sagen, dieses Jahr im Preis ausgedrückt hat. Bitcoin hat sich, glaube ich, mehr als verdoppelt. Von daher, wie siehst du aktuell die Stimmung? Siehst du durch die Ablenkungen, wie jetzt, ich sage mal, Kriege, die da in deiner Ecke hinten züber und da irgendwo entstehen, da ein Problem oder wie siehst du die Lage so weltweit? Ach, also ich glaube, die Stimmung, die ist eigentlich sehr gut.